Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar werde ich heute zwei Dinge zeigen, die sich insgesamt auf vier summieren. Ich zeige euch heute drei Anime Models, die ich gerne mal in Rotation benutze oder auch mit denen ich rumexperimentiere, auch in Kombination mit Loras etc., die ich also ziemlich gut finde und den XY-Plot der Tiny Terra Nodes. XY-Plot, das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, wenn ihr nach Informationen im Netz zum Thema Stable Diffusion gesucht habt. Das sind diese Grids, die dasselbe Bild mit verschiedenen Settings anzeigen und das ist super easy umzusetzen, wenn man weiß, wie es geht. Aber am Ende werde ich euch auch noch einen kleinen Kniff verraten, was ihr vielleicht nicht machen solltet, zumindest nicht in den Tiny Terra Nodes. Okay, die Models, die ich euch heute vorstellen werde, sind einmal das Abyss Orange Mix 3. Die Links zu allen Models packe ich euch natürlich in die Beschreibung. Ihr seht, das Ding macht schon sehr, sehr schöne Anime-Bilder. Gefällt mir immer richtig, richtig gut. Ist auch eigentlich mein Lieblingsmodel. Es gibt das Anything V5, Ink, das werde ich euch auch zeigen oder das werden wir uns anschauen in diesem Video. Macht auch ziemlich gute Bilder. Ist vom Stil, wie man direkt sieht, anders als das Abyss Orange, aber kann auch den ein oder anderen Anwendungszweck sehr gut erfüllen. Und das dritte Model ist das Counter-File, welches auch schöne Bilder generieren kann und dabei auch seinen eigenen Stil hat. Runterladen könnt ihr die Models wie gewohnt. Hier oben ist ein Download-Button. Packt euch das runtergeladene File dann in den Conf.UI-Folder unter Models und Checkpoints. Hier könnt ihr es reinpacken und dann ist es beim nächsten Start von Conf.UI verfügbar. Beziehungsweise ihr drückt hier unten einmal auf Refresh und dann aktualisiert sich auch die laufende Conf.UI-Instanz. Die Tiny Terranode selber, ich werde das in Zukunft sowieso so machen, dass ich immer alle Links von den Custom Nodes, die ich installiert habe, in die Videobeschreibungen reinpacke. Wie man das Ganze installiert, habe ich auch schon in anderen Videos erklärt. Entweder per Git könnt ihr euch das in den Folder der Custom Nodes klonen oder ihr installiert vorzugsweise hier den Conf.UI-Manager. Dann könnt ihr unter Install Custom Nodes einfach nach Tiny Terran suchen und die direkt hier im UI installieren. Ist eigentlich der praktischste Weg, vor allem weil euch das hier auch anzeigt, wenn es Updates für die Custom Nodes gibt. Fangen wir also mal an. Ich werde jetzt mal ein ganz simples Setup zusammenbauen. Wir benutzen die Tiny Terranodes. Wie schon gesagt, wir nehmen einen Pipe Loader und wir nehmen einen Pipe Sampler. Lassen ein bisschen Platz zwischen den beiden, verbinden dies und schon haben wir ein Rendering Setup. Es steht hier schon auf dem Anything. Ich stelle es mal eben aufs Abyss Orange, obwohl das jetzt für später keinen Unterschied macht. Als VAE nehmen wir die Anime 2 VAE. Clip Skip lassen wir mal auf minus 1. Lora machen wir nichts. Und ansonsten, hier unten würde ich gerne wieder auf Portrait Maße umschalten. Das heißt eine Höhe von 768 in eine Weite von 512 Pixeln. Als Negative kann ich jetzt schon sagen, nehmen wir das Easy Negative Textual Inversion. Und ich würde sagen, zum Testen des Bildes nehmen wir uns einfach mal ein Beispiel aus den Models selber. Wie ist es denn hiermit? Hier ist eine Dame, die in der U-Bahn sitzt. Das gucken wir uns mal an. Hier ist nämlich der Prompt dazu. Den können wir mal rüber kopieren und packen uns den ins Positive. Ich verzichte jetzt mal auf das 3 Texteingaben Positive, wie ich es immer gerne mache. Zum Testen hier sollte das reichen. Clip Skip wird hier 2 empfohlen. Wir lassen es aber mal auf 1. Hups, jetzt habe ich das geschlossen. Geschlossenen Tab wieder öffnen. Da ist er wieder. So, das brauchen wir bestimmt noch. Okay, und damit haben wir jetzt ein Setup erstellt. Ich gehe hier mal, ich nehme hier wieder diese Einstellungen, dpmpp2m als Sampler Name und Scheduler Karas und stelle den Sampler so ein, dass er uns die Bilder speichert. Und jetzt schauen wir mal an, was er uns generiert. Ob es überhaupt alles so funktioniert. Und er tut es. Sehr schön, wir haben ein Bild bekommen. Das ist ähnlich dem, wie wir es haben wollten. Gut, jetzt im Portrait Modus und nicht im Landscape. Aber egal. Stellen hier nochmal eben auf Fixed, damit wir gleich auch vergleichen können. Ja, auch sehr schön geworden. Gut, kommen wir also zum XY Plot. Den findet ihr auch in den Tiny Terra Notes unter Pipe. Hier versteckt sich der XY Plot. Und das hier ist die ganze Geschichte. Und im Prinzip muss man erstmal nichts weiter machen, als diesen XY Plot in den Sampler rein zu hängen. Und was dieser XY Plot jetzt kann, da gehen wir jetzt mal durch. Grid Spacing. Hier könnt ihr im Prinzip, ihr erhaltet ein Grid, also eine Übersicht mit einer X- und Y-Achse der verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten bzw. der Resultate, die aus Einstellungsmöglichkeiten resultieren. Und hiermit stellt ihr ein, wie viel Platz dazwischen sein soll. Also ein Pixel, ein 5 Pixel, 10 Pixel, 15 Pixel etc. Ich lasse es mal auf 0. Latent ID muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch noch nicht, was es macht. Flip XY, damit tauscht ihr die beiden hier um, falls ihr euch mal vertan habt. Man müsste ja nicht die Einstellungen hier neu machen, sondern könnt das einmal umdrehen. Wir lassen es aber so. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Punkten, zu der X-Achse und der Y-Achse in diesem Grid. Und für den ersten Durchlauf, ich habe ja gesagt, wir vergleichen mal die drei Anime-Models von ihrem Stil her. Und das kann man hiermit nämlich super machen. Wir klicken hier drauf und hier sehen wir schon, dass eine Liste erscheint. Und diese unterteilt in einmal hier oben Sampler und einmal hier unten Loader. Und diese XY-Plot-Node kann nämlich einerseits den Sampler ansteuern. Das ist dieser hier. Oder den Loader ansteuern. Das ist dieser hier. Und für unseren Fall, wir wollen ja jetzt verschiedene Checkpoints prüfen. Deswegen nehmen wir jetzt aus dem Loader den Checkpoint Name. Wählen wir für die X-Achse aus. Wenn wir jetzt hier unten reinklicken, sehen wir alle Checkpoints, die wir bei uns installiert haben. Und hier können wir jetzt nämlich sagen, wir möchten einmal das Abyss Orange Mix Model haben. Wir wollen einmal das Anything Model haben. Und wir wollen einmal das Counter-Fight Model haben. Und im Prinzip ist die Node damit schon eingestellt. Sie wird uns jetzt ein Grid erzeugen. Und ich lasse es einfach mal laufen. Das ist natürlich jetzt das erste Bild, was wir eben schon generiert haben. Das ist jetzt das zweite, was aus dem Anything Model kommt. Jetzt lädt er noch das Counter-Fight Model. Und das ist das dritte. Das ist das Counter-Fight Model. Und da haben wir unser Grid. Und das können wir uns mal anschauen. Und wir sehen, das sind die verschiedenen Varianten der Anime Models. In dem Falle gefällt mir, ich weiß gar nicht, was mir besser gefällt. Counter-Fight gefällt mir an der Stelle nicht so gut. Die beiden gefallen mir schon sehr gut, wobei ich hier die Farben besser finde. Und hier wirkt das alles ein bisschen gräulicher. Das kann auch an der VAI liegen natürlich. Aber eigentlich ist die Anime 2 VAI ziemlich farbintensiv. Deswegen, wenn ich jetzt mal gucken wollte, wenn ich in diese Richtung Bilder gehe, welches Model sollte ich verwenden, würde ich mich jetzt für das Anything entscheiden. Aber wir können hier noch ein bisschen weiter testen. Wir können zum Beispiel jetzt nämlich sagen, ich will eben mal gucken, ob das geht. Und das geht. Wir können im Loader mal das Clip Skip beeinflussen. Das heißt, wir wählen hier mal alle aus und löschen die, unsere alten Werte. Und gehen jetzt mal hier hin. Minus 1 kennen wir schon. Ich mache es trotzdem mal. Beziehungsweise, das war dumm, wir müssten einmal jetzt gucken. Wir müssen nochmal die Checkpoints nehmen. Wir nehmen Abyss Orange, wir nehmen Anything und wir nehmen Counter-Fight. Und sagen auf der Y-Achse, wir gucken uns mal den Clip Skip an. Und zwar machen wir da Minus 1, Minus 2 und Minus 3. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Okay, es ist fertig berechnet. Wir schauen mal drauf. Und wir sehen jetzt nämlich hier, dass wir hier oben auf der X-Achse, wie gewünscht, unsere drei Models haben. Und auf der Y-Achse haben wir jetzt die verschiedenen Einstellungen. Hier oben sind die Bilder, die wir schon kennen. Und jetzt können wir mal gucken, wie sich die Models weiter verhalten. Bei Clip Skip Minus 1 kommen erstaunlich andere Resultate raus. Wobei man sagen muss, dass das Counter-Fight wirklich etwas besser wird. Und bei Clip Skip Minus 3 wird es eigentlich schon strange. Es geht noch, aber es wird strange. Aber ich denke, der Sinn kommt ganz gut raus, wie man hier die verschiedenen Werte vergleichen kann. Gut, da die Bilder hier unten schon hart an der Grenze waren, würde ich hier gerne nochmal ein paar Negatives hinzufügen. Und dann probieren wir das Ganze nochmal mit einem anderen Beispielbild oder Beispielprompt. Vielleicht aus einem anderen Model nehmen wir mal das Anything. Schauen wir mal, ist hier was bei, was mir spontan gefällt. Ehrlich gesagt nicht so. Dann schauen wir mal hier ins Abyss Orange rein. Das gefällt mir ganz gut. Oh, und hier haben wir auch eine ganze Reihe an Prompts. Wir fügen die mal ein, auch Negative Prompts. Wir nehmen es mal so, wie es gedacht ist. Trotzdem, der Sicherheit halber, einmal die beiden Werte noch rein. Und wir schauen uns nochmal an, was die drei Models an der Stelle damit machen. Clip Skip Minus 3 lasse ich weg. Wir gehen nun mal mit Minus 1 und Minus 2 hier durch. Und da kamen, glaube ich, ganz interessante Bilder bei raus. Wir schauen mal eben. Ja, das Counterfight hat hier wirklich einen sehr seltsamen Aspekt. Komisch. Aber ich finde das hier interessant. Was hat denn das Anything hier mit Clip Skip 1 gemacht mit dem Prompt? Strange. Abyss Orange ist eigentlich immer ziemlich gut dabei. Wobei es hier an der Stelle komischerweise irgendwas dazu gerendert hat. Das kann auch am Seed liegen. Okay, gut. Aber ich denke, ihr seht ganz gut, was man mit diesem XY-Plot machen kann. Und jetzt nochmal ein kleiner Tipp am Ende. Und zwar, wenn wir jetzt hier einen Upscaler hinzufügen. Das mache ich jetzt mal eben. Wir brauchen einen Upscale-Model-Loader. Wir brauchen Upscale-With-Model. Wir brauchen ein Scale-To-Side. Das kommt auch aus den DERFU-Nodes kommt das. Und wir brauchen einen VAE-Encode. So, das bauen wir jetzt mal eben schnell zusammen. Upscale-Model hier rein. Das Image kommt hier rüber. Dann geht das Image in den Downscaler. Weil das ist in dem Fall kein Upscaler, sondern Downscaler, weil wir hier oben schon auf vierfach aufblähen. Wir müssen das Ganze wieder in den Latin Space umwandeln. Dafür brauchen wir die VAE. Und wir brauchen abschließend noch einen weiteren Sampler aus den Tiny Terra Nodes. So. Das müssen wir hier mal eben einstellen. Wichtig ist an der Stelle, da wir schon ein Bild vom ersten Sampler erhalten, dass wir das D-Neues auf 0,5 stellen. Hier sagen wir trotzdem Save. Und wir stellen hier auch mal dieselben Werte ein. Gut. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Upscaling. Die Note machen wir mal aus. Und dafür baue ich hier hinten noch eine ein. Type XY Plot. So, das war's schon. Also wir haben jetzt hier ein Upscaling. Und wir wollen jetzt mal mithilfe des XY Plots gucken, wie sich bestimmte Dinge ändern. Also wir haben hier vorne jetzt gesagt, wir nehmen das Abyss Orange Model mit einem Clip Skip von 2. Die VAE war in Ordnung. Sagen wir mal, das ist das, was uns das erste Grid gezeigt hat. Und jetzt wollen wir hier hinten nochmal eine andere Sache ausprobieren. Und zwar wollen wir hier einmal die Add Detail Save Tensors Note ausprobieren. Wir erinnern uns, dieses LoRa ist dafür da, mehr Details hinzuzufügen, ohne dabei den Aspekt des Models wirklich stark zu beeinflussen. Und um das zu prüfen, sagen wir jetzt mal hier, wir wollen im Sampler, weil wir den Sampler hier ansprechen wollen, die LoRa Model Strength beeinflussen. Und da diese Anzeige hier ein bisschen doof ist, geben wir das mal eben selber ein. Wir sagen jetzt mal, minus 2, 0. Nein, ich will eine 0 haben. 0 geht gar nicht. Oder wie, oder was? Huch. Diese Dropdowns. Ich sag ja, die ist ein bisschen umständlich. Ich will eine 0 haben. So, geht doch. Dann möchte ich gerne eine 1 haben. Ich möchte eine 1,5 haben. Und ich möchte mal eine 2 haben. So. Arretierung der Maus wieder einschalten. Genau. Da wir jetzt den Sampler ansprechen, werden wir jetzt hier ein Grid erhalten, welches uns mal zeigt, wie diese Add Detail Node Einfluss auf das Bild nimmt. Und wir lassen mal ein weiteres Bild generieren. Und ich nehme mal ein Seed hoch. Und wir drücken auf Start. Da habe ich einen Fehler gemacht. Den lasse ich natürlich im Video drin. Und zwar habe ich diese Node nicht eingestellt. Ich Idiot habe diese Node nicht eingestellt. Natürlich modzt an der Stelle Comfy UI. Ich möchte sagen, die Länge soll auf 1024 in der Höhe geändert werden. Da meckert es vollkommen zu Recht. So, wir lassen es noch mal weiterlaufen. Es geht an der Stelle weiter, weil sich hier vorne in dem Bereich nichts ändert. Wir haben den Seed auf Fixed. Wir lassen es eben zu Ende rendern. Und da ist es schon fertig. Wir schauen es uns mal an. So. Wir haben jetzt hier oben unsere Stärke der Lora. Und wir sehen schon, im Minusbereich nimmt die Lora Details weg. Im positiven Bereich fügt sie Details hinzu. Bei 0 sollten wir das Ursprungsbild sehen. Weil wenn die Lora eine Stärke von 0 hat, ist sie einfach nicht präsent. Aber im weiteren Verlauf sehen wir, dass immer mehr Details an dieser Stelle dazukommen. Bei 2 richtig krass hier an den Haaren kann man es erkennen. Besonders gut immer, wie viele Details dazukommen. Aber auch an der Tasche, die wird detaillierter. Wir haben diese Lora schon häufiger gesehen. Gut, das war, wenn wir den Sampler angesprochen haben. Was wir natürlich auch machen können, ist, wir können im Loader direkt die Model Strength angeben. Das heißt, ich mache hier mal die Detail Node raus und sage dir, ich möchte die hier im Loader Lora Name hinzufügen. So, jetzt steuert dieser XY Plot beim Erstellen des Grids den Loader an. Aber wir haben hier im Loader ja schon eine Add Detail Save Tensors hinzugefügt mit einer Stärke von 1. Das heißt, an dieser Stelle überträgt der Loader die Loader schon auf den ersten Sampler und wir haben eine Stärke. Wenn wir jetzt hier hinten die Stärke ausprobieren wollen, kriegen wir die Stärken eigentlich schon addiert. Also, auf ein bereits mit Details angereichertes Bild erhalten wir nochmal Details. Und das kann gefährlich werden an der Stelle, weil, nehmen wir mal an, ihr entscheidet euch dafür, dass für euren Weg dann die Stärke von 1,5 in der Loader am besten wäre. Dann würdet ihr ja hingehen und sagen, ihr möchtet die Model Stärke hier an der Stelle auf 1,5 machen. Was ihr dann allerdings natürlich ändert ist, dass ihr hier schon wieder 1,5 Stärke hinzufügt, weil der Loader überträgt das auf den Sampler. Das heißt, ihr habt schon ein ganz anderes Grundbild wieder und würdet hier hinten auch was anderes erhalten, weil hier ja nur das Upscaling stattfindet und nicht das Durchschleifen von allem. Also, beim ersten Durchgang hättet ihr hier eine Loader Stärke von 1 in dem Bild, für das ihr euch entscheidet, hier von 1,5. Ihr sagt, ihr macht hier jetzt 1,5 draus, weil euch das am Ende am besten gefallen hat, kriegt dann aber hier auch schon wieder ein Bild mit einer Stärke von 1,5 und verfälscht dann sozusagen euer Ergebnis. Weil ihr ja nicht die Kette mehr berücksichtigt, sondern nur noch das letzte Bild, was hier hinten kam. Ich denke, man kann das umgehen, indem man hier generell, das kann man nicht umgehen. Ihr müsst ja an der Stelle hier, wenn ihr euch hier hinten für eine Stärke im Loader entschieden habt, müsst ihr die hier anpassen. Und damit ändert ihr automatisch auch wieder den. Also, wenn möglich, benutzt die XY-Plot für sowas im Loader dann nur hierfür. Also nur in einer Ebene, sage ich mal, mit einem Sampler. Oder seid euch bewusst, dass ihr hier hinten ausprobiert mit der Sampler-Lora an sich, weil ihr dann nur diesen einzelnen Sampler hier ansteuert. Okay, ich hoffe, ich konnte das irgendwie verdeutlichen, wie meine Besorgnis an der Stelle ist. Ansonsten gibt es natürlich, das können wir auch nochmal ausprobieren. Es sollte natürlich kein Problem sein, wenn wir jetzt sagen, wir wollen im Loader aber den Checkpoint wieder ändern. Und zwar wollen wir hier wieder Abyss-Orange, Anything und Counter-Fight haben. Das sollte die Kette nicht beeinflussen. Ich gehe mal einen Schritt weiter, damit wir noch ein paar andere Bilder sehen hier. Ich starte das Ganze nochmal. Und da ist das Ergebnis. Jetzt können wir es nochmal angucken. Abyss-Orange, Anything. Und Counter-Fight. Hier hat es ziemlich gut geklappt mit allen Bildern. Erstaunlicherweise, sie sind ziemlich ähnlich, aber unterschiedlich in ihren Stilen. So, und hier muss ich nochmal nachträglich einen Schnitt reinsetzen. Und zwar hat mich das zu sehr verwundert, nachdem ich das Video eben schon siegessicher beendet hatte. Es geht so natürlich nicht, weil ich habe jetzt nochmal ein Bild laufen lassen und habe mich gewundert, warum das schon wieder so einheitlich ist. Und das ist natürlich klar, ihr könnt in der zweiten Ebene hier das nicht einbauen, weil ihr kriegt ja schon das Bild von hier vorne und das ist mit dem Abyss-Orange-Mix gemacht. Das heißt, der Abyss-Orange-Mix, also beim ersten Durchlauf nimmt er sich hier wieder den Abyss-Orange-Mix und berechnet das hochskalierte Bild nochmal. Aber auf Basis dieses Bildes. Im zweiten Durchlauf nimmt er sich zwar das Anything-V5-Model hier vorne im Loader, aber nimmt trotzdem noch dieses Bild, welches wir mit dem Abyss-Orange erstellt haben, als Basis. Basis. Und deswegen ähneln sich die Bilder hier. Im Counter-Fight macht er das nämlich genauso. Das heißt, solltet ihr mit zwei Ebenen arbeiten, ist es fraglich, ob ein XY-Plot an der Stelle hier Sinn macht. Es kommt natürlich darauf an, was ihr machen wollt. Also wenn ihr jetzt wirklich mal gucken wollt, ähm, im Model-zu-Model-Bereich zum Beispiel, ihr stellt das mit Model 1 und wollt gucken, ähm, wie ihr jetzt mit Model 2 das Bild weiterverarbeiten könnt, dann funktioniert das. Aber in der zweiten Ebene funktioniert es nicht mehr, wenn ihr verschiedene Grundeinstellungen ähm, ausprobiert. So, das wollte ich nur kurz loswerden. Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, deswegen habe ich es nochmal ausprobiert. Und dann, ähm, ja, geht es jetzt weiter mit der Abmoderation aus dem anderen Video. Gut, ich überlege, ob ich was vergessen habe. Ich denke nicht. Dann, ja, viel Spaß mit dem XY-Plot. Ich werde ihn in Zukunft wahrscheinlich auch häufiger verwenden für mich, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Weil es ist einfach wirklich praktisch, wenn man mal eben schnell vergleichen will und gucken möchte, in welche Richtung möchte ich denn jetzt, dass das Bild sich entwickelt, welche Models kann ich dafür nehmen, welches passt vielleicht für mein Vorhaben, welche Loras füge ich hinzu, äh, solche Geschichten. Gut, viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss!